Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu RimWorld. Willkommen zurück zu Finkwader. Ja ihr Lieben, wir hatten letztes Mal einen großen Angriff, den wir mit schwierigen Verletzungen überstanden haben. Gucken wir uns das genauer an. Aber wenn man sich das so anguckt, ne Leute, elf Leichen, ne? Ein paar konnten von denen fliehen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau wie viele es waren, die uns angegriffen haben. Aber ne Menge. Auf jeden Fall gute Knarren sind hier, die werden wir natürlich einsammeln müssen. Wir müssen Gräber ausheben, aber wir gucken uns das mal an. Also Abenero, Blutverlust extrem. Der hatte einen Kopfschuss. Wird aber jetzt mittlerweile von Menino versorgt. Menino hat nichts abbekommen, echt interessant. Der Einäugige und Einlungige unter uns. Mittlerweile auch schon 60 Jahre alt. Enbrin. Rechte Lunge zerstört steht hier. Rechter Zeige Z. Das ist alles vom Vorher. Der hat, ähm... Ja, nicht so größere Verletzungen. Dohagu. Tod in 10 Stunden. Wo ist sie? Sie liegt hier auch schon. Wird bestimmt gleich versorgt. Ähm... Ja, das ist alles machbar eigentlich. Äh... Oberkörper. Bokoi geht's auch ganz gut. So. Wie sieht's eigentlich mit Rodriguez aus? Rodriguez wird jetzt gerade für... Ähm... Versorgt. Mittelfinger und so. Das ist alles von vorher an FISA. Sind alles machbare Sachen, sehe ich gerade. Kowalski. Ja, alles machbar. So. Ähm... Ja, wir lassen... Mal laufen. Und wir werden natürlich... Ähm... Elf Gräber brauchen wir. Die werde ich dann natürlich auch schon mal setzen. Aber, äh... Ausheben tun wir die später. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Sechs, sieben. Acht, neun. Zehn, elf. Erst soll hier alles repariert werden. Dann... Sollen mal die Knarren rein. Ähm... Ja, alles dringend rein. Lavish Cocktails erlauben. Die können ja mal hier mit rein. Lavish Cocktails. Rinks. Rinks. Wo das mit den Cocktails ist? Gute Frage. Sample Spirits. Sample Spirits. Diamonds. Nein, das ist nicht. Lavish... Gourmet Cocktail. Lavish Group. Lavish Soup. Lavish Grill. Lavish Cocktail. Die können hier mal reingetragen werden. Ähm... Auch dringend. Also Waffen mal alle dringend rein. Echt gut was bei zusammengekommen. Bitte dringend rein. Hier auch... Wie sieht's eigentlich hier aus? Ring tragen. Ähm... Ja, die Leichen dann... Sind elf... Sollen dann halt auch mal... Das machen wir dann später. So. Starke Schmerzen. Wargo kann auch schon wieder laufen. So werden die Leute dann auch... Königlicher Tributeintreiber kommt. Aber... Bringt uns jetzt auch nicht weiter. So. No Storage Space. Ist hier denn schon alles voll? Mhm. Ähm... Wir werden hier mal eine Lagerzone machen. Wo wir... Ähm... Alles verbieten. Aber zum Beispiel Waffen nehmen. Ne? So. Waffen. So. Lassen wir nochmal laufen. Wurde denn bis jetzt alles repariert? Noch nicht. Dazu kommen wir noch. Was macht der eigentlich? Bitte leeren der Klärgrube. Hier ist glaube ich ein Rohr kaputt, ne? Ja. So. Waffen werden schon mal eingesammelt. Ist müde. Warum pennt sie nicht? Sinogua. Geh mal bitte schlafen. Geh mal bitte schlafen. Ist müde. Geht sie denn jetzt schlafen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Uh. Dass wir das hier überlebt haben. Gokua ist vollständig verheilt. Wenig Nahrung. Ja. Stimmt. Wir pausieren das mal. Abbrechen. Glätten müssen wir erstmal nicht. So. Hm. Haben wir denn keinen Stahl? So, Bokoi, bitte. Lass das noch mal laufen. Der ist der andere, der komplette andere Kram muss hier gemacht werden. Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir überhaupt Bärenfell da? Haben wir Bärenfell? Ja, haben wir. So, Bokoi. Führt schon mal die Reparaturen hier aus. So, dann erlauben wir das hier auch mal. Hier, 8, 10, 12. Und die sollen mal dringend getragen werden. So. Die Leute heilen, ja. Das ist gut. So, jetzt werden langsam mal die Leichen hier weggetragen. Das ist gut. Alter, sind das viele gewesen, ne? 11, Leute. Einfach weggehauen. So, wer kocht bei uns eigentlich? Kowalski. Kowalski müsste eigentlich bald geheilt sein. Schussnarbe. Argo Pots Weapons. Lassen wir mal tragen. So, wurden denn alle vergraben? Noch nicht alle. Waffenhändler kommen. Sehr schön. Ähm, vielleicht können wir da ja ein bisschen was loswerden. Wir warten mal auf die. Uiuiui, Leute. Kowalski ist vollständig geheilt. Perfekt. So, Bokoi. Schaut dann mal hier, was hier machbar ist. Wir handeln mal. So, äh, Schäferhunde könnten wir nehmen. Hm. Das wäre echt eventuell was. Ähm. Kräutermedizin haben wir selber. So. Messer können wir den verkaufen. Wir verkaufen denen mal die Joints. Hm. Dann das hier. Light Club Knüppel aus Holz. Iqua. Das ganze Zeugs hier kann weg. Brauchen wir nicht. Gladius auch. Hammer behalten wir. Äh, äh, Gladius aus Stahl. Drei. Speer. Gladius. Revolver. Sling kann weg. Hunting Rifle behalten wir nochmal. Das kann weg. Tomahawk. Recurve Bogen. Revolver. Revolver. Alles Schusswaffen. Die behalte ich. Das kann weg. Throwing Knives. Flash Grenades. Hm. Könnten wir nochmal behalten. Jacke aus Stoff. Das kann weg. Das kann weg auch. Zwei davon. Ähm. Ähm. Das Beerenfell. Was sollen wir noch hier so rumliegen? Hm. Ja, das war's, ne? Irgendwie schon. Ähm. Ja, jetzt ist die Überlegung. Hol ich diese Schäferhunde? Mach ich nicht. Erstmal. Oh, erst echt unnötig. So. Dann. Haben wir hier jetzt auch. Platz da. Wir sagen mal einfach. Bei beiden kritisch. Vielleicht wird das ja dann eingelagert. So. Ja, es kommt noch. Wir haben hier dann auch nochmal. Keine. Andere Möglichkeit. Oder wie? Nö, erst mal nicht, glaube ich. Ne, hier wird nochmal. Dribbel hergestellt. So, langsam kommen die Leute wieder zu sich. Wer hatte hier denn diese Schussnarben, ne? War das Brody oder? Schussnarbe. Oberkörper 36, Effizienz, neuer. Bissnarbe, okay. Embrin ist auch schon mal geheilt. Wird wahrscheinlich dann gleich arbeiten. Kibbel. Oh, das ist echt so eine Weltreise, ne? Ähm. Wir müssen jagen. Äh, Fleischmenge. Riesenfaultier bitte rein. Oh, nochmal zwei Muffelos. Äh, ansonsten. Äh. Äh, ansonsten. So wurde die letzte Ja, die wird jetzt begraben Dann Werden wir jetzt weitermachen Also wir erlauben das hier jetzt wieder Erlauben Erlauben Und dann kommt Hier aber auch nochmal weiter der Boden Rein Ja Leute, es geht wieder so langsam Weiter Gefähle, Oberflächen glätten Das wird dann mal Hier geglättet Und Ich glaube, das kann auch Geglättet werden Und ja, weiter geht's Also fischen lassen wir mal So Sigua soll Tierfliege machen, bauen, ja Okay, so und dann Bitte Transport Und Das hier Und dann fischen Ich hab irgendwie bei allen Fischen Dann zum Ende gesetzt So, ja, ne Ist alles am Ende Dann sollen sie's machen Aber vorher nicht Das bisschen Fisch Können wir Sollten wir erstmal verzichten Damit Wir Sollte Wir Nein! Wir Tschüss! Wir So. Hungernde Kolonisten. Ähm. Wer kocht? Ich hab's schon wieder vergessen. Und zwar macht es... Kowalski. Bitte Kowalski einmal. Brauche Material. Alles klar. Unterernährt. Rival. Wir... Lassen das mal mit Kibbel momentan. Und konzentrieren uns da drauf, dass... Richtige Nahrung produziert wird. So, alle sind geheilt. Und wir warten sehen nichts auf den nächsten Tag, sodass hier... ...und endlich weitergekocht wird. So. Hier wird weitergearbeitet. Kowalski, bitte kochen. Dringend. Kowalski, was machst du denn da, Mann? Mann, 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 Mann. Kann doch nicht wahr sein. Kowalski. Kowalski, was machst du denn da drauf? Ja. 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 Die Leute hungern hier, ne? So. Mann, Mann, Mann. So. So. Dann wird schon mal gekocht. Ähm. Kowalski, mach dich ran, da bitte. Hungernde Kolonisten weiterhin. Kowalski selber hungert. Aber erst mal muss ordentlich verkocht werden hier. So. So, hat er gut gemacht. Perfekt. Hier wird geglättet. Wir könnten ja jetzt auch schon mal Rohre verlegen. Jetzt pügeln die sich hier sehr schön. Perfekt. Echt gut gemacht. Haut euch die Schädel ein. So. So. Da wird die Badewanne sein, dann geht's durch. Und dann haben wir zwei hier. Und dann machen wir mal ein Klo aus Holz hier hin. Dann kommt ne Badewanne. Badewanne. Und dann ein Waschbecken. Dann nochmal ein Doppelbett. Dann nochmal ein Nachttisch. Dann nochmal ne Kommode. Okay. Aber das mit dieser ständigen Wartung finde ich ein bisschen unrealistisch um ehrlich zu sein. da wird ja jeden Tag quasi nochmal einmal dran naja so okay Glassworks wurde abgeschlossen mal kurz Pause was hatten wir gesagt, jetzt können wir Glassworks machen dann wollten wir ja hier auf Mikro Elektronik, genau das ist gut denn nachdem das hier fertig ist werden wir auf das Gewächshaus gehen und ja, wir lassen das mal laufen und ja, wir sind dann auch schon beim Ende einer Folge angekommen also muss man schon sagen den Angriff gut überlebt die Leute sind wieder gesund arbeiten und ja, bald kommt das Gewächshaus wir haben echt noch viel zu tun viel, viel, viel zu tun das hört hier nicht auf aber es geht erst in der nächsten Folge weiter ihr Lieben vielen Dank fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal äh bleibt gesund passt auf euch auf ciao ciao euer Fadi am